Aufwachen! Ruhig Joey, nicht kämpfen! Lauf, Isabel! Hallo, hier ist Damon. Ich bin unter dieser Nummer erst im Oktober wieder zu erreichen. Rufen Sie mich bis dahin unter meiner New Yorker Nummer an. Joseph, wo haben Sie die Kleidung her? Haben Sie jemanden verletzt? Nur mich selbst. Ich muss mein Leben auf die Reihe bringen. Joey, es gibt Ärger! Es ist spät, Jungs. Ihr verpasst den Anzug. Ihr sagt, Sie sind ein harter Mann. Das ist harte Stadt. Wollen Sie einen Job? Ja. Wissen Sie, was ich geschäftlich tue? Aus dem Weg, mein Freund. Sie wirken jetzt so ausgeglichen. Sie haben sich total verändert. Ich tue nur, was ich tun muss. Sie haben gestern Nacht ein Mädchen gefunden. Ihr Name ist Isabel. Haben Sie sie geliebt? Was ist nur in dieser Stadt los? Sie wollen ihr Leben zurück! Wer sind Sie? Ich habe einiges zu erledigen. Hier ist für uns beide genug Geld drin. Warum läufst du weg? Du sollst fühlen, wie es ist, da unten zu sein. Es gibt keine Vergebung. Nein, ich habe einiges zu gewöhnen. Es gibt keine Vergebung. Ich habe einiges zu bewegen. Ich habe einiges zu aufbürgern. Was ist das, ist das, das wäre doch… Es gibt keine Vergebung. Du solltest dich hier bei anderen localen.